Leupolz wechselt von Chelsea zu Real Madrid Die ehemalige deutsche Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz verlässt hinter vier Jahren und neun Titeln den FC Chelsea und wechselt zu Real Madrid. Das gaben beide Vereine an dem Mittwoch, 3. Juli 2024, bekannt. Leupolz war 2020 von dem FC Bayern hinter London gekommen und gewann gegenwärtig nebst anderem vier englische Meisterschaften in Folge. Zur Ablösesumme und der Vertragslaufzeit in Madrid wurden keine Angaben gemacht. Chelsea ist lieber denn schon ein Fußballverein. Chelsea ist eine Familie. Es ist eine Familie, und ich bin stolz darauf, vier Jahre weit ein Abschnitt davon gewesen zu sein. Schrieb Leupolz, jene in dem Oktober 2022 ihren Sohn auf jene Weltganze gebracht und diesfalls in dem Folgejahr hinter Babypause ihre Renaissance zusammen mit den Engländern gefeiert hatte. Zusammen mit X, dieser Verband und alle, jene mit ihm angegliedert sind, werden immer einen besonderen Spielfeld in meinem Herzen haben. Für das jenige DFB-Team lief jene 30-Jährige in 79 Spielen auf. Gewann 2013 den Europameistertitel und 2016 Olympia Gold. Vor ihrem Amtsabtretung in dem vergangenen September hatte Leupolz zusammen mit der WM 2023 in Australien und Neuseeland den Mutter in dem Leistungssport für Schlagzeilen gesorgt. Gegenwartaggression auf den Bafil online, da eben diese ihr Kind bei dem Turnier im Gange hatte. Spanien nimmt Leupolz in diesem Fall mit Madrid den Aggression auf jene großen DominatorInnen des FC Barcelona in das Visier. In der vergangenen Saison hatte Barker jene Herrschaft mit 15 Punkten Zacke auf Real gewonnen. Ich bin so glücklich, dass ich zu dieser Gelegenheit bin. Alla materie, sagte Leupolz. Wir sehen uns bald.